Studio 21, das Deutschbuch, Übungen, Übung 1, Situation 1 Schön, dass du heute mal Zeit hast. Ja, ich bin auch echt froh. Ich musste mal raus, mich bewegen und unter Leute. Na, vielleicht hast du ja noch Zeit und Lust, nach dem Training was zu essen oder so. Klar, super Idee. Bis wann willst du denn trainieren? Na, so bis Viertel vor sieben. Super, das passt mir auch. Und danach zum Italiener? Ja, gerne. Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. EuroCity 49 nach Warschau. Abfahrt 13.37 Uhr von Gleis 11. Intercity 708 nach Bonn. Abfahrt 15.13 Uhr von Gleis 12. Situation 3 Ich brauche einen neuen Termin. Wann haben Sie denn Zeit? Ach, ich kann eigentlich immer zwischen 16 und 18 Uhr. Das ist super. Einen Moment bitte. Dann sagen wir 19.03.17 Uhr 15. Wunderbar, das passt. Dankeschön. Situation 4 Unser Nachmittagsprogramm für Sie Nach den Nachrichten senden wir das Radiohörspiel Der kleine König Dezember von Axel Hacke Jazzliebhaber können sich auf die Sendung Jazz und mehr um 16.30 Uhr freuen Heute mit Musik von Charlie Parker, Miles Davis und Dizzy Gillespie Situation 5 Liebe Zuschauer, das waren die Nachrichten. Um 0.15 Uhr ist meine Kollegin Susanne Herzog mit den Nachtnachrichten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und viel Spaß mit unserem Spielfilm Das Wunder von Bern Übung 9a Das Zeitgefühl Der Zeitpunkt Die Freizeit Die Lebenszeit Der Zeitdruck Die Arbeitszeit Die Wartezeit Der Zeitplan Zeitlos Übung 9b 1 1 Seid 2 Zoo 3 10 10 4 Sie 5 Selten 6 Seh Übung 9c 1. Zeit, seit 2. So, so 3. Zehen, sehen 4. Zieh, sie 5. Zelten, selten 6. See, sie Übung 9d 1. Zusammen sein 2. Zu viel 3. Süß 4. Sicher 5. Zu Hause 6. Reduzieren 7. Zurück 8. Zahlen 9. Organisieren Übung 11 Sabia Morgner Na klar, sehr gern. Wann passt es dir denn? Ja, schon, aber da habe ich leider keine Zeit. Übung 2a 5. Das stresst mich gar nicht. 6. Das ist kein bisschen nervig. 7. Das ist ein bisschen nervig. 8. Das nervt manchmal. 9. Das macht mich verrückt. 10. Das nervt mich extrem. Übung 3 7. Kann ich Ihnen helfen? Gerne. Dann brauche ich bitte Ihren Personalausweis oder Reisepass? Ah, Sie kommen nicht aus Deutschland. Haben Sie eine Meldebescheinigung vom Einwohnermeldeamt? Ach ja, hier. Ich mache schnell eine Kopie von Ihrem Pass. Bitte füllen Sie schon mal das Antragsformular aus. Ja, hier ist ein Kugelschreiber. Bitte schön, Ihre Papiere. Jetzt brauche ich nur noch eine Unterschrift von Ihnen. Hier unten auf dem Formular. Ja, natürlich. Aber das kann ein oder vielleicht auch zwei Wochen dauern. Aber hier am Schalter können Sie auch schon vorher Geld abheben oder Überweisungen machen. Übung 4a Guten Tag. Ich möchte Anzeige erstatten. Mein Portemonnaie wurde gestohlen. Guten Tag. Bitte setzen Sie sich. Ich brauche zuerst Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und den Geburtsort, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Ich heiße Christine Bäselt, geboren am 13.03.1970 in Wittingen. Meine aktuelle Adresse ist Luisenstraße 34 01099 Dresden. Sie erreichen mich unter 0351 340324. Okay. Telefon 0351 340324. Alles klar. Beschreiben Sie bitte jetzt für das Protokoll, was, wann, wo passiert ist und wer beteiligt war. Ich war heute Vormittag auf dem Markt und habe beim Gemüsehändler eingekauft. Als ich gerade bezahlen wollte, bemerkte ich, dass mein Portemonnaie fehlt. Meine Tasche war beschädigt. Deswegen wusste ich sofort, dass das Portemonnaie gestohlen wurde. Zeigen Sie doch bitte Ihre Tasche. Ah ja, ich sehe. Haben Sie denn vorher etwas bemerkt? Also hat Sie vielleicht jemand angestoßen? Nein, ich weiß nicht. Wissen Sie, auf dem Markt war es sehr voll. Ich verstehe. Gut. Dann lese ich Ihnen noch einmal das Protokoll vor. Sie unterschreiben es und bekommen dann eine Kopie der polizeilichen Anzeige. Ja, gut. Und wie geht es dann weiter? Wir melden uns bei Ihnen, wenn es neue Informationen gibt. Mhm. Dankeschön und auf Wiedersehen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Übung 9b Guten Tag. Ich habe meinen Ausweis verloren. Deshalb möchte ich einen neuen beantragen. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Sie müssen leider noch einen kleinen Moment warten, weil ich noch diese Mail beenden muss. Kein Problem. Ich warte. So, fertig. Entschuldigen Sie. Ich hatte Sie leider nicht verstanden. Was kann ich für Sie tun? Ich bin hier, weil ich meinen Ausweis neu beantragen möchte. Gut. Haben Sie Ihren alten Ausweis dabei? Nein, den habe ich verloren. Deswegen bin ich ja hier. Ah ja, verstehe. Dann nennen Sie mir bitte Ihren Familiennamen. Ich schaue im Computer nach und dann ist das ganz schnell... Übung 14b 1. Ich finde es sehr schön, wenn ich am Wochenende nicht arbeiten muss. 2. Es gefällt mir besonders gut, dass meine Chefin so nett ist. 3. Es ist ziemlich schade, dass viele Arbeitnehmer ihre Arbeit stressig finden. 4. Es macht mich sehr traurig, dass ich so wenig Zeit für meine Hobbys habe. Übung 19 1. Du solltest weniger arbeiten. Arbeite weniger. 2. Du könntest früher schlafen gehen. Geh früher schlafen. 3. Sie sollten zum Beispiel 4. Gehen Sie zum Arzt gehen. 4. Gehen Sie zum Arzt. 4. Sie müssten mal Pause machen. 4. Sie müssten mal Pause machen. 5. Machen Sie mal Pause. 5. Übung 21 Es begrüßen Sie im Studio 5. Jordis Klein, unser Kinderreporter und Magda Böhnert. 5. Heute geht es um das Thema Arbeit und soziales Engagement. 6. Mit wem hast du denn gesprochen? 6. Mit Leofin, einem Clown. 7. Spannend. Da hören wir doch gleich mal in das Interview rein. 7. Leofin, wie lange bist du schon ein Rote-Nasen-Clown? 7. Das bin ich seit mehr als 10 Jahren, glaube ich. Also schon ziemlich lange. 8. Was bist du von Beruf? 8. Ich bin Schauspieler und arbeite am Theater. Aber auch für Film und Fernsehen. 9. Warum arbeitest du auch als Clown? 9. Das gibt meinem Leben einen tieferen Sinn. Es macht mir einfach Freude, wenn ich anderen helfen kann. Lachen ist wichtig. Nicht nur für die kleinen Patienten. Auch für die großen. 9. Verdienst du viel Geld als Clown? 10. Nein, ich kann nicht von diesem Geld leben. Aber das ist ja auch nicht mein Ziel. Ich lebe von meinem Beruf als Schauspieler. Als Rote-Nasen-Clown denkt man nicht zuerst über Geld und Verdienst nach. 10. Was ist das Schönste an deiner Arbeit? 11. Das Lachen der Patienten. Sie sind so dankbar. Viele Patienten warten jede Woche auf mich. Das ist schon ein tolles Gefühl. 11. Bist du manchmal traurig? 11. Ja, das kommt natürlich vor. 11. Wenn es Patienten nicht gut geht und sie lange im Krankenhaus bleiben müssen. Das ist nicht immer einfach. 11. Hat dein Kind schon mal Angst vor dir? 11. Das kann passieren. Aber ich bin beim ersten Treffen immer sehr vorsichtig. Ich habe da sehr viel Erfahrung und auch ein gutes Gefühl für die Patienten. 9 von 10 Kindern freuen sich schon nach dem ersten Treffen auf ein Wiedersehen. 10. Zertifikatstraining. Hören Teil 1 10. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. 10. Sie sind am Bahnhof und hören folgende Durchsage. 11. Bad professionals sind am Geschenpr昨ach. Sehr geehrte Reisende. Bitte beachten Sie. Am Gleis 5 und 6 finden zurzeit Bauarbeiten statt. Deshalb kommt es zu folgenden Gleisänderungen. IC 2213 nach Bonn, Abfahrt 11.27 Uhr, fährt heute von Gleis 4 ab. Abfahrt Regionalexpress 43.85 Uhr, 11.40 Uhr nach Rostock, heute von Gleis 2. Ich wiederhole, Gleisänderung. IC 2213 nach Bonn, Abfahrt 11.27 Uhr, fährt heute von Gleis 4 ab. Abfahrt Regionalexpress 43.85 Uhr, 11.40 Uhr nach Rostock, heute von Gleis 2. Und noch eine Information für Reisende nach Berlin. Der Intercity Express 23.55 Uhr, geplante Abfahrt 11.32 Uhr von Gleis 4, hat etwa 20 Minuten Verspätung. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sehr geehrte Reisende, bitte beachten Sie, am Gleis 5 und 6 finden zurzeit Bauarbeiten statt. Deshalb kommt es zu folgenden Gleisänderungen. Ich wiederhole, Gleisänderung. IC 2213 nach Bonn, Abfahrt 11.27 Uhr, fährt heute von Gleis 4 ab. Abfahrt Regionalexpress 43.85 Uhr, 11.40 Uhr nach Rostock, heute von Gleis 2. Und noch eine Information für Reisende nach Berlin. Der Intercity Express 23.55 Uhr, geplante Abfahrt 11.32 Uhr von Gleis 4, hat etwa 20 Minuten Verspätung. Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 1 Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Toni, hier ist Isabelle. Sag mal, habe ich vielleicht mein Portemonnaie bei dir zu Hause vergessen? Ich wollte gerade einkaufen gehen, aber ich kann mein Portemonnaie nicht finden. Heute Morgen hatte ich es noch in meiner Handtasche. Als ich heute Nachmittag bei dir war, habe ich es aus meiner Tasche genommen und dir das Geld für die Kinokarten gegeben. Kannst du bitte mal schauen, ob du es findest? Danke und bis später. Ruf mich doch bitte sofort zurück. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Toni, hier ist Isabelle. Sag mal, habe ich vielleicht mein Portemonnaie bei dir zu Hause vergessen? Ich wollte gerade einkaufen gehen, aber ich kann mein Portemonnaie nicht finden. Heute Morgen hatte ich es noch in meiner Handtasche. Als ich heute Nachmittag bei dir war, habe ich es aus meiner Tasche genommen und dir das Geld für die Kinokarten gegeben. Kannst du bitte mal schauen, ob du es findest? Danke und bis später. Danke und bis später. Ruf mich doch bitte sofort zurück. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 2 Liebe Hörerinnen und Hörerinnen und Hörer, hier noch eine Bitte der Polizei an alle Besucher des Open-Air-Konzerts heute Abend im Stadion. Bitte fahren Sie mit dem Bus oder der S-Bahn zum Stadion. Es gibt dort keine Parkmöglichkeiten, weil die Parkplätze am Stadion zurzeit gesperrt sind. Wer mit dem Auto anreist, sollte möglichst am Messegelände parken und dann zu Fuß zum Stadion laufen. Mein persönlicher Tipp. Fahren Sie mit dem Fahrrad. Heute bleibt es auch in der Nacht wolkenlos und warm. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier noch eine Bitte der Polizei an alle Besucher des Open-Air-Konzerts heute Abend im Stadion. Bitte fahren Sie mit dem Bus oder der S-Bahn zum Stadion. Es gibt dort keine Parkmöglichkeiten, weil die Parkplätze am Stadion zurzeit gesperrt sind. Wer mit dem Auto anreist, sollte möglichst am Messegelände parken und dann zu Fuß zum Stadion laufen. Mein persönlicher Tipp. Fahren Sie mit dem Fahrrad. Heute bleibt es auch in der Nacht wolkenlos und warm. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 3 Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Tag, Frau Börner. Hier ist Hübner vom Polizeirevier Mitte. Sie haben letzten Monat eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil ihr Fahrrad gestohlen wurde. Wir haben letzte Woche einen Mann festgenommen und in seinem Keller mehrere Fahrräder entdeckt, die ihm nicht gehören. Es kann sein, dass wir auch ihr Fahrrad gefunden haben. Bitte kommen Sie doch mal bei uns in der Brunnenstraße 7 vorbei und schauen Sie sich die Räder an. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Börner. Hier ist Hübner vom Polizeirevier Mitte. Sie haben letzten Monat eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil ihr Fahrrad gestohlen wurde. Wir haben letzte Woche einen Mann festgenommen und in seinem Keller mehrere Fahrräder entdeckt, die ihm nicht gehören. Es kann sein, dass wir auch ihr Fahrrad gefunden haben. Bitte kommen Sie doch mal bei uns in der Brunnenstraße 7 vorbei und schauen Sie sich die Räder an. Auf Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 4 Sie hören eine automatische Telefonansage. Herzlich willkommen bei der Direktfinanz. Wir sind gleich für Sie da. Wählen Sie bitte aus folgenden Möglichkeiten aus. Möchten Sie Informationen zu unseren Produkten, dann wählen Sie die 1. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen bei der Direktfinanz. Wir sind gleich für Sie da. Wählen Sie bitte aus folgenden Möglichkeiten aus. Möchten Sie Informationen zu unseren Produkten, dann wählen Sie die 1. Wenn Sie Geld überweisen möchten, wählen Sie bitte die 2. Wenn Sie Ihre Kredit- oder EC-Karte sperren möchten, wählen Sie die 3. Möchten Sie einen Termin mit einem Berater in Ihrer Stadt vereinbaren, wählen Sie bitte die 4. Soll ich Sie direkt mit einem Berater verbinden, dann wählen Sie die 5. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Text 5 Sie hören folgende Durchsage im Zug. Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben zurzeit 25 Minuten Verspätung und werden Hannover Hauptbahnhof in etwa 15 Minuten, also um 18.50 Uhr erreichen. Auf die Fahrgäste nach Hamburg wartet am Gleis 11 der Anschlusszug IC 578. Der Intercity Express 3497 nach Stuttgart kann leider nicht auf uns warten. Reisende nach Kassel können um 19.05 Uhr den Intercity von Gleis 8 nehmen. Die nächste Reisemöglichkeit nach Stuttgart ist um 19.35 Uhr mit dem IC 769 von Gleis 9. Bitte achten Sie auch auf die Durchsagen am Bahnhof. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben zurzeit 25 Minuten Verspätung und werden Hannover Hauptbahnhof in etwa 15 Minuten, also um 18.50 Uhr erreichen. Auf die Fahrgäste nach Hamburg wartet am Gleis 11 der Anschlusszug IC 578. Der Intercity Express 3497 nach Stuttgart kann leider nicht auf uns warten. Reisende nach Kassel können um 19.05 Uhr den Intercity von Gleis 8 nehmen. Die nächste Reisemöglichkeit nach Stuttgart ist um 19.35 Uhr mit dem IC 769 von Gleis 9. Bitte achten Sie auch auf die Durchsagen am Bahnhof. Übung 1b Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, auch diese Woche haben wir wieder eine Menge traumhafte Angebote für Sie. Perfekte Geschenke für die Dame und den Herrn. Zum Beispiel Fußballschuhe in drei Farben zum Superpreis von nur 29,95 Euro. Oder ein 18-teiliger Werkzeugkoffer der Firma Handwerk für nur 38,99 Euro. Das ist Top-Qualität zum Superpreis. In unserem Drogeriemarkt finden Sie diese Woche Parfums für Sie und ihn schon ab 14,49 Euro. So preiswert wie noch nie. Und für alle Sportfreunde haben wir noch ein besonders günstiges Angebot. Ein Fahrrad der Marke Velofix mit 28 Gängen zum Traumpreis von nur 179 Euro. Übung 2a Hi, mein Name ist Sarah Ende und ich arbeite seit zwei Jahren als Redakteurin für die Zeitschrift Julia. Heute stellen wir Redakteure unsere liebsten Gegenstände vor. Also, mein liebster Gegenstand ist meine neue Geige, die ich mir vor einem Monat gekauft habe. Sie ist wirklich wunderschön und hört sich super an. Seitdem spiele ich jeden Tag. Und ein ganz wichtiger Gegenstand ist für mich auch mein Smartphone, weil ich es einfach so viel benutze. Ich höre Musik, mache Fotos, telefoniere, surfe und, und, und. Es sieht gut aus und ist natürlich super praktisch. Ja, diese beiden Gegenstände sind für mich momentan die liebsten. Hallo, ich bin Lukas Wels. Ich bin Fotograf und arbeite für die Julia seit sieben Monaten. Mein liebster Gegenstand ist meine erste Kamera. Mit zehn Jahren habe ich angefangen zu fotografieren. Sie ist schwarz, schlicht und macht immer noch tolle Bilder. Außerdem habe ich mir für meine Wohnung neue Möbel gekauft. Und in meinem Wohnzimmer steht jetzt ein super schöner Sessel, den ich schon sehr lange haben wollte. Er ist blau und sehr modern. Noch wichtiger ist mir aber der Füller von meinem Vater. Den hat er mir vor zwei Jahren geschenkt. Das bedeutet mir viel. Mit dem unterschreibe ich immer meine Verträge. Übung 8 Ach, Ivo, du wolltest doch gestern Abend noch etwas erzählen. Aber dann hat das Telefon geklingelt. Was gibt es denn? Ach ja, es geht um das Praktikum für die Schule. Wir müssen doch im Sommer drei Wochen Praktikum machen. Und ich weiß jetzt, was ich machen will. Super. Was hast du dir denn überlegt? Ich mache mein Praktikum im Krankenhaus in Mainz. In dem Krankenhaus, in dem auch Onkel Heinrich arbeitet. Schön. Willst du nach dem Schulabschluss auch Medizin studieren, wie Onkel Heinrich? Nein, ich glaube, ich möchte lieber Krankenpfleger werden. Ich denke, das ist ein schöner Beruf. Ja, da hast du recht. Das ist ein sehr schöner Beruf. Ja, schon. Aber ich finde, das passt nicht zu dir, Ivo. Warum passt das nicht zu mir? Ich arbeite doch gern mit Menschen. Und ich finde die Arbeit im Krankenhaus sehr interessant. Aber Ivo, das ist doch ein typischer Frauenberuf. Es gibt nur sehr wenige Männer, die als Pfleger arbeiten. Ich glaube, das können Frauen auch besser. Ach, Papa. Also, Horst, das kann man so nicht sagen. Typischer Frauenberuf. Das gibt es doch heute nicht mehr. Und warum können Frauen das besser? Na ja, zum Beispiel mit den Patienten reden, sich um jemanden kümmern zum Beispiel. Das machen Frauen doch gerne. Also, Horst, das stimmt nicht. Du redest doch auch sehr gerne. Bist du jetzt deswegen eine Frau? Nein, nein. Ja, du hast ja recht. Genau, Papa. Das sind doch Klischees. Und außerdem ist es doch nur wichtig, dass es mir gefällt. Mir ist es egal, ob das viele Männer oder Frauen machen. Ja, ja, das stimmt natürlich. Okay, ihr habt gewonnen. Und hast du dich schon beworben? Du weißt ja, man muss sich... Übung 13 1 Hast du schon gehört, dass Saskia und Sven sich getrennt haben? Wirklich? Aber warum? Die beiden waren doch so glücklich zusammen. Naja, aber es gab ja immer die Diskussion über die Zukunft. Sven ist doch so ein Familienmensch und wünscht sich ja schon lange Kinder. Stimmt. Es ist für ihn schon lange ein Thema. Und Saskia will keine Kinder bekommen, oder? Nein. Hat sie noch kein Interesse dran. Sie ist ja auch noch sehr jung. Sie will erst ihre Ausbildung beenden und dann einen guten Job finden und eigenes Geld verdienen. Ja, das kann ich verstehen. Aber es geht doch auch nicht immer nur um den Job. 2 Hey Paula, ich bekomme das Stipendium für das Auslandspraktikum. Super, oder? Herzlichen Glückwunsch, Theo. Das ist toll. Was hat Carmen gesagt? Sie hat sich nicht für mich gefreut. Sie war total verständnislos. Es ist manchmal ziemlich kompliziert mit ihr. Ich denke, sie ist sauer, weil sie kein Stipendium bekommen hat. Aber sie hat ja auch supergute Noten. Vielleicht bekommt sie ein anderes Stipendium. Ja, vielleicht. Aber es ärgert mich, dass sie sich nicht einfach auch für mich freuen kann. Weißt du, sie muss immer gewinnen. Bessere Noten, bessere Jobs und, und, und. Das ist ein richtiger Kampf. Ich verstehe das nicht. Warum geht es denn immer nur darum, wer mehr Erfolg hat? Das ist doch nicht normal in einer Beziehung, oder? Nein, das ist es sicher nicht. 3 Hi Tom. Hi Lars, wie geht's dir denn? Ich habe gehört, dass du mit Juna Streit hast. Naja, mir geht's schon wieder besser. Juna und ich haben viel geredet. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Was ist denn passiert? Wir haben uns zu wenig gesehen. Wir können uns ja nur noch am Wochenende treffen, seitdem sie in Stuttgart wohnt. Und ich habe ja auch immer noch Fußball am Wochenende. Und sie muss manchmal arbeiten. Wir hatten einfach zu wenig Zeit für den anderen. Ja, das ist ein Problem. Und jetzt? Ziehst du nach Stuttgart? Nein, ich bleibe hier. Aber wir sehen uns jetzt alle zwei Wochen am Wochenende. Ich spiele dann kein Fußball und sie arbeitet nicht. Und in der Woche telefonieren wir viel. Ich rufe sie jeden Abend an. Das vergesse ich nie. Ich denke aber, dass wir so nur noch ein, zwei Jahre leben. Vielleicht ziehen wir dann zusammen. Übung 14 1 Fußball zu spielen? Morgen Fußball zu spielen? Kannst du dir vorstellen, morgen Fußball zu spielen? Kannst du dir vorstellen, in Bonn Informatik zu studieren? Kannst du dir vorstellen, in Bonn Informatik zu studieren? Übung 17 15 A A Sympathisch Romantisch E Bequem Nett I Sicher Effektiv Erfolgreich Erfolgreich Humorvoll Humorvoll Ruhig Unruhig Unruhig Zärtlich Hässlich Ö Ö Fröhlich Östlich Ö Ö Gefühlvoll Glücklich Übung 17b Übung 17b Mein Traummann? Er ist zärtlich und gefühlvoll, erfolgreich und romantisch. Meine Traumfrau Sie ist ruhig und sympathisch, humorvoll und erfolgreich. Übung 5 Du Sarah, ich muss für einen Vortrag in der Schule eine Industrieregion in Deutschland vorstellen. Kannst du mir helfen? Ach Paul, schau doch einfach mal selber ins Internet. Komm Sarah, du bist doch eine liebe Schwester. Also, welche Industrieregionen möchtest du vorstellen? Keine Ahnung. Welche ist denn wichtig? Mensch Paul, wie hast du es in die 8. Klasse geschafft? Du weißt schon, dass es Internet gibt, oder? Hör mal hier. Zu den wichtigsten Industrieregionen gehört das Ruhrgebiet. Hatten wir in der Schule. Das Thema geht leider nicht. Und das Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Das ist auch wichtig. Okay. Das Rhein-Main-Gebiet. Das ist im Südosten, oder? Na sag mal. Wo liegen denn bitte schön Frankfurt am Main und Wiesbaden? Im Südwesten. In Hessen und in Teilen von Bayern und Rheinland-Pfalz. Okay, okay. Und was gibt es dort für Industrie? Warte kurz. Die Rhein-Main-Region, besonders Frankfurt, ist ein wichtiges Zentrum der Finanzwirtschaft. Beinahe alle großen Banken sind dort zu finden. Im Rhein-Main-Gebiet wächst der beste Wein in Deutschland. Dort ist es warm und sonnig. Auch Obst und Gemüse bauen sie dort an. Ja, aber das ist doch keine Industrie. Was will ich denn mit der Information? Ja, dann lies doch selber. Entschuldigung. Also, die chemische Industrie ist dort zum Beispiel sehr stark, die Elektroindustrie und auch die Automobilindustrie. Außerdem ist in Mainz die Firma Schott, ein weltweit bekannter Glashersteller. Ach ja, die kenne ich. Schau mal, die Gläser meiner Brille sind auch von Schott. Übung 16b Ich hatte letztes Jahr einen schweren Autounfall. Das war ein totales Chaos. Erzähl mal, was ist denn passiert? Ich hatte einen langen Arbeitstag. Nach einem kurzen Besuch bei meiner Mutter wollte ich nach Hause, einen warmen Tee trinken und dann schlafen. Wenn du so müde warst, warum bist du noch zu deiner Mutter gefahren? Meine Mutter hatte starke Rückenschmerzen und brauchte Hilfe im Haushalt. Konnte das denn nicht dein großer Bruder machen? Der hatte damals einen ziemlich bösen Unfall bei der Arbeit und deshalb selber genug Ärger mit einer kaputten Hand und einem gebrochenen Bein. Oh je, ich verstehe. Das klingt nach einer richtigen Katastrophe. Genau. Na, jedenfalls hielt ich an einer Kreuzung an, weil eine alte Dame über die Straße lief. Da fuhr mir plötzlich ein älterer Herr mit einem riesigen Auto in die Seite. Oh nein! Wie schwer warst du verletzt? Und hat dir sofort jemand geholfen? Übung 16d Der alte Herr war sofort bei mir. Der hatte richtig Angst. Aber er war wirklich eine große Hilfe. Er hat die Polizei angerufen und auch den Notarzt. Mein linkes Bein und auch mein linker Arm waren gebrochen. Und ich hatte starke Rücken- und Kopfschmerzen. Oh je. Übung 21 Notrufzentrale? Hähnert am Apparat? Wo ist der Unfall passiert? Wo ist der Unfall passiert? Grietgasse 17 Was ist passiert? Welche Verletzungen hat er? Können Sie das sagen? Also das Bein und der Rücken. Ich verstehe. Gut. Ich schicke Ihnen sofort einen Krankenwagen in die Grietgasse. Nein, in 10 Minuten sind die Kollegen bei Ihnen. Übung 22 Übung 22 1 Einen Unfall Einen Unfall melden Ich möchte einen Unfall melden. 2 Starke Schmerzen Starke Schmerzen haben Ich habe starke Schmerzen im Bein. 3 Großes Glück Großes Glück haben Du hast großes Glück. Du hast wirklich großes Glück. Du hast wirklich großes Glück. 4 Leichte Wunde Eine leichte Wunde haben Ich habe eine leichte Wunde am Kopf. Zertifikatstraining Hören Teil 3 Hallo Katrin Ach Steffen, schön dich zu sehen. Wie geht's? Super, danke. Und dir? Gut. Sag mal, was machst du denn jetzt? Wir haben uns ja schon Jahre nicht mehr gesehen. Ich studiere Pflegemanagement. Ach was. Das ist ja toll. Aber du warst doch Krankenpfleger, oder? Ja, das war ich. Weißt du, ich habe gerne als Krankenpfleger gearbeitet. Aber meine Frau arbeitet Vollzeit. Und da ist es mit zwei kleinen Kindern wirklich schwierig, wenn man so oft nachts und am Wochenende arbeiten muss. Jetzt habe ich zwar auch viel zu tun, aber nach dem Studium kann ich mir dann eine Arbeit ohne Schichtdienst suchen. Ja, das ist wahr. Und wo wohnst du jetzt? Pflegemanagement kann man hier. Wir können hier doch nicht studieren, oder? Nein, das nicht. Aber wir mussten zum Glück trotzdem nicht umziehen. Ich fahre drei Tage die Woche mit dem Zug nach Fulda an die Fachhochschule. Und das klappt gut? Ja, das passt. Das klappt eigentlich sehr gut. Und wie lange dauert das Studium? Drei Jahre. Zwei habe ich schon hinter mir. In zehn Monaten habe ich Abschlussprüfung. Und wie ist das mit dem Geld? Ich meine, mit Familie und dann studieren. Das ist ja nicht einfach, oder? Ja, das funktioniert auch nur, weil meine Frau einen sehr guten Job bei einer Bank hat und ich freitags immer acht Stunden in einer Arztpraxis arbeite. Ich verdiene also auch ein bisschen dazu. Ah, okay. Das hört sich aber auch ein bisschen stressig an. Ach nein, ich bin sehr zufrieden. Und du? Arbeitest du noch im Krankenhaus? Nein, ich arbeite auch nicht mehr in der Klinik. Und was machst du jetzt? Ich habe eine Umschulung gemacht. Ich arbeite jetzt in einer Apotheke. Ach, warum das denn? Du warst doch die beste Krankenschwester in der ganzen Klinik. Ach du. Stimmt doch. Du warst super nett zu den Patienten und total zuverlässig. Das fand nicht nur ich. Das hat auch die Chefin immer gesagt. Auf die Katrin Huber kann man sich verlassen. Das ist eine Top-Mitarbeiterin. Ja, ja. Das war auch eine schöne Zeit. Ja, also nun erzähl schon. Warum hast du jetzt eine andere Arbeit? Ja, das ist so eine Geschichte. Ich bin vor vier Jahren beim Fensterputzen von der Leiter gestürzt und habe mir den Rücken verletzt. Erst dachte ich, dass es nicht so schlimm ist. Nach drei Monaten in der Reha-Klinik habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Aber das ging nicht gut, weil mir nach kurzer Zeit immer der Rücken weh tat. Manche Dinge, wie zum Beispiel Patienten ins Bett heben, konnte ich gar nicht mehr machen. Oh Mist, das tut mir leid. Ach na ja. Am Anfang, als mein Arzt mir sagte, dass ich lieber umschulen sollte, war ich ziemlich traurig. Ich habe meine Arbeit ja wirklich gerne gemacht. Aber jetzt ist alles gut. Die Arbeit in der Apotheke macht auch viel Spaß. Die Kolleginnen sind super. Und weißt du was? Ich treffe bei der Arbeit ganz viele Patienten, die ich von früher aus dem Krankenhaus kenne. Das kann ich mir vorstellen. Die freuen sich dann sicher, dich zu sehen. Ja, und ich mich auch. Hallo Lennart. Du kommst gerade aus der Schule. Wie sieht denn eigentlich ein normaler Schultag bei dir aus? Also, meine Schule beginnt um 8.15 Uhr. Ich komme immer so 5 nach 8 mit dem Bus vor der Schule an. Dann habe ich meistens 8 Stunden Unterricht. Mittag esse ich meistens in der Schulkantine. Nach der Schule habe ich dann noch AGs. Ich spiele Basketball und lerne Gitarre. Und dann fahre ich mit dem Bus wieder nach Hause. Aha. Und was ist dein Lieblingsfach? Sport. Das ist nie langweilig. Und gibt's auch ein Fach, das du nicht so magst? Ja, Deutsch. Das finde ich nicht so spannend. Und ich schreibe nicht gerne Aufsätze. Und wie sieht es bei dir mit den Noten aus? Super. Ich habe in fast allen Fächern eine 1. Oh, das ist ja toll. Naja, nur in Deutsch habe ich dieses Jahr eine 3. Übung 5 1. In die Grundschule In die Grundschule kommen Mit 6 Jahren in die Grundschule kommen 2. Den Abschluss Den Abschluss machen Mit 16 Jahren den Abschluss machen 3. Das Abitur Das Abitur machen Mit 18 Jahren das Abitur machen 4. Einen Studienplatz 4. Einen Studienplatz Sich um einen Studienplatz bewerben Übung 13 Übung 13 1. Der Koch Die Köchin 2. Ängstlich Die Angst 3. Der Bäcker Backen 4. Die Ärztin 5. Die Natur 5. Die Natur 6. Der Schmuck 6. Der Schmuck 7. Das Dorf 5. Die Dörfer 8. Gefährlich Die Gefahr 9. Küssen Der Kuss 10. Der Bauer 11. Die Bäuerin 11. Die Wut 12. Der Tänzer 12. Der Tänzer 11. Der Tänzer 12. Der Tänzer 12. Der Tänzer 12. Der Tänzer Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße euch zu unserem Zukunfts-Workshop Goethe-Schule Neudenken. Ihr hattet ja Hausaufgaben. Und ich möchte gar nicht lange reden. Jeder sollte sechs Punkte aufschreiben, die wir in Zukunft an unserer Schule verändern sollten. Vielleicht startest du, lieber Holger? Na klar, kein Problem. Ich weiß, dass jetzt viele Nein sagen, aber ich würde gern nicht mehr um 7 Uhr mit dem Unterricht beginnen. Ich denke, 8.30 Uhr wäre für alle besser. Okay, da hätte ich auch nichts geben. Holger, einfach früher ins Bett gehen. Willst du wirklich nachmittags bis 17 Uhr unterrichten? Stopp, stopp, stopp. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen erst einmal alle Vorschläge hören und notieren sie am Whiteboard, okay? Der zweite Punkt ist mir sehr wichtig. Ich finde, wir trennen die Fächer noch zu stark. Das würde ich gern ändern. Natürlich würde ich dann mit euch enger zusammenarbeiten. Ich kann mir da viel vorstellen. Ja, und meine Schüler und Schülerinnen würden sehr viel mehr mitbestimmen. Wo soll das bitte hinführen, Holger? Du kennst doch die Probleme. Wie steht dir das denn vor? Ruhe, bitte. Wir werden alle Punkte diskutieren. Aber ich würde gern erst einmal alles hören. Danke, Diana. Also weiter geht's. Ich möchte, dass die Eltern mehr mitmachen, uns aktiv unterstützen. Und ich meine nicht nur bei Projekten, auch im Unterricht. Ich würde Eltern gern einladen. Und die stellen dann ihre Jobs vor oder unterrichten auch mal. Dann können sie auch gleich unseren Job machen, ja. Ich wünsche mir auch, dass wir einen Ordnungsdienst einführen. Die Klassenzimmer würden ordentlicher aussehen. Und unsere Kinder würden lernen, Ordnung zu halten. Und zum Schluss noch etwas zum Thema Fremdsprachen. Wir haben unter unseren Kollegen und Kolleginnen zwei französische Muttersprachler. Ich denke, dass wir nicht nur Französischunterricht brauchen. Hélène Louvier und André Perrec könnten auch Mathematik, Sport und Biologie in ihrer Muttersprache unterrichten. Ich würde in diesen Fächern Französisch zur Unterrichtssprache machen. Übung 19 Mit wem lernst du für die Prüfungen? Lernt ihr auch mit dem Buch aus der Vorlesung? Studio 21 Das Deutschbuch Übungsbuch CD 2 Übung 2 B NW3 Nachrichten Um 12 Uhr Mit Christian Eschenbach In Nordrhein-Westfalen hat sich die Zahl der Toten durch den Orkan Kyrill auf 5 erhöht. Das teilten Sprecher von Feuerwehr und Polizei am Vormittag in Düsseldorf mit. Auch in anderen europäischen Städten kam es durch den Orkan zu zahlreichen Schäden. Vielerorts gab es keinen Strom. Der Verkehr brach zusammen. Tausende Reisende sitzen auf Bahnhöfen und Flugplätzen fest. Hunderte Flüge wurden gestrichen. Mehr dazu von unserer Reporterin Maike Behrendt vor Ort. Ja Christian, hier in und um Düsseldorf zeigen sich die Folgen des Orkans. Beschädigte Straßen und Schienenwege, überall abgedeckte Dächer, umgestützte Bäume, beschädigte Oberleitungen, ein Bild der Zerstörung. Noch immer gibt es starken Regen, der die Aufräumarbeiten erschwert. Der öffentliche Nah- und Fernverkehr wurde gestern Abend vollständig eingestellt. Übrigens erstmalig in der Geschichte der Deutschen Bahn. Und noch immer sitzen tausende Leute auf Bahnhöfen und Flugplätzen fest. Es gibt lange Wartezeiten. Wegen zahlreicher gestrichener Flüge mussten tausende Touristen direkt im Flughafen übernachten. Gestern Abend wurden in der Region alle Veranstaltungen abgesagt. Die Straßen waren menschenleer. Heute sieht man umgekippte Lastwagen und beschädigte Gebäude, zahlreiche andere Schäden und dadurch Behinderungen. Feuerwehr und Polizei arbeiten ohne Pause. Maike, wie schätzen Sie die Lage in den nächsten Tagen? Übung 9 Ich bin schon einmal in ein wirklich starkes Gewitter gekommen. Das war nicht lustig. Natürlich, das war ein extrem trockener und heißer Sommer. Aber es ist doch hoffentlich niemandem etwas passiert, oder? Ja. Übung 10 A Herr Moser, viele unserer Hörer und Hörerinnen kennen Sie vielleicht als Extremsportler und Umweltaktivisten. Erzählen Sie trotzdem ein bisschen über sich, Ihre Familie, Ihre Hobbys neben dem Ultramarathon. Ich komme aus Brigg. Das ist ein ziemlich kleiner Ort im Kanton Wallis. Das heisst, ich wohne im Süden der Schweiz, in den Alpen. Daher bin ich nicht nur durch mein Marathon-Training viel in der Natur unterwegs. Ich liebe die Natur, habe sie vor der Haustür und bin praktisch nie länger als 10 Stunden im Haus, was meine Frau manchmal etwas nervt. Bleibt denn Zeit für Familie? Ja, natürlich. Im Sommer bin ich mit meinem Sohn Jakob viel mit dem Velo unterwegs. Meine Frau und meine Tochter kommen nie mit, weil Jakob und ich mit unseren Mountainbikes gerne schnell die Berge runterfahren und wir ganz gern auch mal springen. Aber unsere ganze Familie fährt sehr gern Ski und ich habe ein schönes gemeinsames Hobby mit meiner Tochter. Wir beide lieben das Bergsteigen. Jakob mag es nicht so sehr. Übung 10 B Herr Moser, viele unserer Hörer und Hörerinnen kennen Sie vielleicht als Extremsportler und Umweltaktivisten. Erzählen Sie trotzdem ein bisschen über sich, Ihre Familie, Ihre Hobbys neben dem Ultramarathon. Ich komme aus Brigg. Das ist ein ziemlich kleiner Ort im Kanton Wallis. Das heisst, ich wohne im Süden der Schweiz, in den Alpen. Daher bin ich nicht nur durch mein Marathon-Training viel in der Natur unterwegs. Ich liebe die Natur, habe sie vor der Haustür und bin praktisch nie länger als 10 Stunden im Haus, was meine Frau manchmal etwas nervt. Bleibt denn Zeit für Familie? Ja, natürlich. Im Sommer bin ich mit meinem Sohn Jakob viel mit dem Velo unterwegs. Meine Frau und meine Tochter kommen nie mit, weil Jakob und ich mit unseren Mountainbikes gerne schnell die Berge runterfahren und wir ganz gern auch mal springen. Aber unsere ganze Familie fährt sehr gern Ski und ich habe ein schönes gemeinsames Hobby mit meiner Tochter. Wir beide lieben das Bergsteigen. Jakob mag es nicht so sehr. Sie sind also viel in den Bergen unterwegs. Das ist sicher toll, aber auch nicht ganz ungefährlich. Zum Beispiel auch wegen des Wetters in den Bergen. Das ist richtig. Ich habe schon oft erlebt, dass das Wetter in den Alpen nicht ungefährlich ist. Letztes Jahr bei einer Schneewanderung in den Bergen, gemeinsam mit meiner Frau und Freunden, da hatte ich sogar richtig Angst. Was ist denn passiert? Der Tag begann eigentlich super. Wir starteten bei strahlendem Sonnenschein und wollten eine Schneewandertour machen. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass sich das Wetter nach zwei Stunden änderte. Es wurde dunkel und es begann zu stürmen. So einen Sturm, also einen, der so schnell kommt, hatte ich vorher noch nie erlebt. Und ich bin schon oft in Stürme gekommen, glauben Sie mir. Doch es kam alles noch viel schlimmer. Meine Frau bemerkte es zum Glück sofort. Sie hörte einen Donner und zeigte sofort in eine Richtung. Dann rannten wir vier los. Danach bewegte sich die Schneedecke unter unseren Füssen wie ein leichtes Erdbeben. Jetzt hatten wir wirklich richtig Angst. Wir rannten immer weiter. Ganz in unserer Nähe kam eine riesige Schneelawine den Berg hinunter. Wir leben noch, weil wir sofort losrannten. Ich bin so froh, dass sich damals niemand verletzt hat. Diese Lawine, das war keine schöne Erfahrung. Aber wir lieben die Berge so sehr. Deshalb gehen meine Frau und ich immer noch im Schneeberg wandern. Übung 16 A 1 Steigen Die Temperaturen steigen Die Temperaturen steigen um mindestens 5 Grad Celsius. 2 Zunehmen Unwetter werden zunehmen. Unwetter werden in Zukunft zunehmen. 2 Die Regenmenge wird in einigen Regionen abnehmen. 4 Sinken Der Meeresspiegel wird sinken. Der Meeresspiegel wird sinken, weil die Eisdecken in Grönland und der Antarktis schmelzen. Übung 17 Frau Pfeiffer, schön, dass Sie es zu uns ins Studio geschafft haben. Sie sind heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den ganzen Vormittag per Telefon und auch per Mail erreichbar. Ja, ich freue mich. Sie arbeiten am Umweltinstitut Offenbach und sind Expertin für Klimafragen. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie in der Zeitung Berichte zum Thema Klimawandel lesen? Ah, das kommt ganz darauf an. Also wir von Dein Radio haben heute in die Zeitungen geschaut und was wir da zum CO2 in der Luft lesen, ist extrem alarmierend. Ja, leider ist das korrekt. Wenn die Industriestaaten nicht ganz schnell handeln, dann werden wir bis 2050 die doppelte Menge an CO2 haben. Das ist leider so. Und dann gehen die Probleme erst richtig los. Sehen Sie hier, in dem Artikel sagen Experten, dass es in Grönland kein Eis mehr geben wird. So in etwa 300 Jahren. Und dass der Meeresspiegel um sieben Meter steigen wird. Also Fakt ist, dass die Temperaturen steigen, das Eis schmilzt und der Meeresspiegel steigt. Dass es aber sieben Meter sein werden, das glaube ich persönlich nicht. Wir werden vorher handeln. Das Grönland-Eis wird nicht komplett schmelzen. Okay, dritte Schlagzeile. Hier, ich lese es vor. Bis 2100 werden wir eventuell bis zu 70 Prozent des Amazonas-Regenwaldes verlieren. Das ist doch eine Katastrophe. Ja, das ist schockierend, aber leider realistisch. Der Amazonas-Regenwald hat etwa 4,1 Millionen Quadratkilometer. Schon jetzt ist ein Fünftel des Waldes kaputt. Bis 2030 verlieren wir voraussichtlich weitere 20 Prozent. Bis 2100 kann diese Zahl tatsächlich auf 70 Prozent steigen. Das sind keine guten Nachrichten. Und was sagen Sie zu dieser Meldung? Wahrscheinlich wird der Meeresspiegel bis 2050 um einen halben Meter steigen. 136 Küstenstädte weltweit stehen deswegen vor ernsthaften Problemen. Wie gesagt, ich glaube nicht an die sieben Meter, aber 50 Zentimeter sind sehr wahrscheinlich. Und dann haben die Küstenstädte ein echtes Problem. Übung 22 1 Nicht die Industrie produziert am meisten CO2, sondern die Landwirtschaft. 2 Nicht nur die Politiker können etwas gegen den Wassermangel in Südeuropa tun, sondern auch jeder Privathaushalt muss Wasser sparen. 3 Nicht Busse und Bahnen sind die größten CO2-Produzenten im Verkehr, sondern die 46 Millionen Autos in Deutschland. Fit für Einheit 7 Kontrastakzent Je länger wir nichts tun, desto schlimmer wird die Situation. Wir müssen nicht bald, sondern sofort handeln. Zertifikatstraining Hören Teil 4 Sie hören eine Diskussion im Radio. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 1 bis 8. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Mullin. porter일 takie Aussagen 1 bis 8monster ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt aber, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern der Welt, keine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn. Man darf auf einigen Strecken also so schnell fahren, wie man will. Was glauben Sie, warum ist das so? Weil wir sehr gute Autobahnen und sehr sichere und moderne Autos haben. Es gibt einfach keinen Grund dafür, den Autofahrern Tempo 160 oder auch 180 zu verbieten. An gefährlichen Kurven, in Städten, an Baustellen und so weiter gibt es ja Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und das ist auch gut so. Aber auf einer geraden Straße und bei wenig Verkehr kann man auch schnell fahren. Das schadet niemandem. Warum sollte man das also verbieten? Herr Dilling, Sie schütteln den Kopf. Sie sehen das anders? Ja, ich bin ganz anderer Meinung. Ich würde es sehr gut finden, wenn man auf der Autobahn maximal 120 km pro Stunde fahren dürfte. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 120 kmh verbraucht man zum Beispiel sehr viel weniger Benzin als bei höherem Tempo. Und auch der Lärm wird dann weniger. Außerdem ist es natürlich viel gefährlicher auf den Autobahnen, wenn es keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Herr Dilling, da muss ich Ihnen widersprechen. Die Diskussion über eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den deutschen Autobahnen gibt es ja schon viele Jahre. Und es wird immer wieder behauptet, dass ein Tempolimit die Zahl der Unfälle reduzieren könnte. Aber das stimmt nicht. Frau Wurzbacher, das ist so nicht richtig. Es passieren immer wieder schwere Unfälle auf den deutschen Autobahnen, weil die Leute bei uns oft viel zu schnell fahren. Schauen wir doch mal auf die Fakten. Die Statistik zeigt, die Zahl der Unfälle in Deutschland ist in den letzten Jahren immer mehr gesunken, auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, ich weiß. Und die Zahl der Schwerverletzten auf den Autobahnen ist in Deutschland niedriger als zum Beispiel in Österreich, wo auf den Autobahnen Tempo 120 geht. Aber das kann man nicht einfach miteinander vergleichen. In Österreich führen die Autobahnen auch durch die Alpen und sind schon allein deshalb viel gefährlicher. Aber Herr Dilling, nur sechs Prozent der Unfälle mit Verletzten in Deutschland passieren auf der Autobahn. Unsere Autobahnen gehören weltweit zu den sichersten, auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Unfälle passieren oft, weil Autofahrer nicht die Verkehrsregeln beachten. Da hilft eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn nicht weiter. Für die Sicherheit auf unseren Straßen ist es wichtig, dass die Polizei mehr kontrolliert. Und meiner Meinung nach sollten Autofahrer, die zum Beispiel an einer Baustelle nicht wie vorgeschrieben 60, sondern 100 fahren, streng bestraft werden, denn das ist wirklich gefährlich. Liebe Gäste, kommen wir noch einmal zum Thema Umweltschutz zurück, denn das ist in der aktuellen Diskussion das häufigere Argument für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Durch eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 120 Kilometer pro Stunde könnte man jährlich bis zu 3,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid sparen. Das ist eine ganze Menge. Was sagen Sie dazu, Frau Wurzbacher? Ich kann diese Zahlen nicht glauben. Und es gibt auch Experten, die das anders sehen. Ich bin sicher, dass schnelles Fahren auf der Autobahn nicht das Hauptproblem ist. Die vielen Staus, die es bei uns gibt, sind sicher viel schlimmer für die Umwelt. Gegen diese Staus müssen wir unbedingt etwas tun. Ja genau. Und deshalb brauchen wir ein Tempolimit. Denn das hilft auch, Staus zu vermeiden. Auch das stimmt nicht. Viele Experten sagen, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 oder 130 kmh nicht gegen Staus hilft. Das ist tatsächlich ein Thema, über das von Experten viel gestritten wird. Es gibt da sehr verschiedene Meinungen. Nun gut. Aber es gibt noch ein wichtiges Argument für ein Tempolimit. Wenn man nicht schneller als 120 kmh fahren darf, braucht man auch keine Autos mehr, die 200 kmh fahren können. Wenn wir ein Tempolimit hätten, würden die Autohersteller sparsamere Autos bauen. Für schnelle Autos, die viel Benzin verbrauchen, hätten wir dann keinen Markt mehr. Und das wollen Sie? Das wäre eine Katastrophe für die deutschen Autohersteller. Deutsche Autos sind doch gerade deshalb so beliebt, weil sie schnell sind. Aha. Jetzt wird es spannend. Wieso? Wie meinen Sie das? Nun, das ist meiner Meinung nach der wahre Grund, warum es bei uns noch keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Die Autoindustrie will das ganz einfach nicht. Sie verdient mit den großen, schnellen Autos viel Geld. Und sie will, dass das so bleibt. Liebe Studiogäste, es tut mir leid, dass ich die Diskussion an dieser spannenden Stelle kurz unterbrechen muss. Aber wir haben eine sehr wichtige Verkehrsdurchsage. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran, es geht gleich weiter mit unserer Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Spielen Sie Track 10 ein zweites Mal ab. Übung 3 Übung 3 B 1 Das ist peinlich. Das ist aber peinlich. Das ist aber wirklich peinlich. 2 Das ist total unangenehm. Das ist echt total unangenehm. Übung 4 Entschuldigung, wir möchten zahlen, bitte. Zusammen oder getrennt? Alle drei zusammen, bitte. Aber nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, Theo. Ich zahle. Ach was, das geht doch nicht. Hast du nicht beim letzten Mal gezahlt? Wir können ja teilen. Aber ich hatte doch eine Vorspeise und er nicht. Nein, lasst mich zahlen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Geld dabei habe. Nein, nein, kein Problem. Ich könnte ja, sagen Sie, wie viel macht es denn zusammen? 82,50 Euro. Bitte, hier ist die Rechnung. Also, ich denke, das Einfachste ist jederzeit für sich. Ja, gut. Also, ich hatte die Ente und zwei Wein. Oder doch drei? Irene, weißt du das? Du hattest drei. Also, drei Wein. Ja, und ich hatte die Zwiebelsuppe, das Huhn und zwei Mineralwasser. Und ich die Pizza und zwei Bier. Und ich habe hier noch einen Cappuccino. Konrad, den Cappuccino hattest du, oder? Ja, stimmt. Übung 12 1 Die Verkehrskontrolle 2 Die Auslandserfahrungen 3 Der Transport 4 Die Erfahrung 5 Die Aufmerksamkeit 6 Der Partner Übung 15 A Mira Unger Hi, Mira. Ich bin Sabrina. Hallo, Sabrina. Wie war die Prüfung? Ach, frag bloß nicht. Eine Katastrophe. Aber wieso das denn? Was ist passiert? Ich hatte die ganze Nacht gelernt. Und heute Morgen hörte ich dann den Wecker nicht. Also hast du verschlafen? Oh je. Und nachdem du aufgewacht warst? Ja. Da bin ich dann in die Uni zu meiner Prüfung gerannt. Und? Hatte die Prüfung schon begonnen? Als ich ankam, war die Prüfung schon beendet. Die Tür war zu. Niemand war da. Ich bin durch die ganze Uni gerannt, bis ich meinen Professor in der Mensa fand. Ach, alles so ärgerlich. Nun erzähl schon. Was war denn dann, nachdem du ihn gefunden hattest? Ich habe mich entschuldigt und gefragt, was jetzt passiert. Er sagte, dass ich gern zum zweiten Versuch in drei Wochen kommen kann. Oh, das ist nicht nett. Ja, das ist wirklich blöd. Ach komm, sei nicht traurig. Du schaffst das doch ohne Probleme. Ich lerne auch gerne noch einmal mit dir zusammen. Danke. Du bist super. Ja. Übung 17 A und C 1 Oh nein, die teuren Gläser. Kannst du nicht aufpassen? 2 Wer hat denn beim Kopierer das Papier verbraucht und kein neues in das Gerät gelegt? 3 Hallo Herr Fischer, hier ist Frau Simon von der Firma Bautec. Es gibt ein Problem. Ich habe letzte Woche bei ihrer Kollegin zwei Computer bestellt und nun haben wir 200 Computer bekommen. 4 Sie haben meinen Nachnamen falsch geschrieben. Ich heiße Thalmann mit TH. 4 Übung 17 B 1 Oh nein, die teuren Gläser. Kannst du nicht aufpassen? Entschuldige Ina, so ein Missgeschick. Ich kaufe zwei neue. 2 Wer hat denn beim Kopierer das Papier verbraucht und kein neues in das Gerät gelegt? Oh, Entschuldigung, das war mein Versehen. Ich hole Papier. 3 Hallo Herr Fischer, hier ist Frau Simon von der Firma Bautec. Es gibt ein Problem. Ich habe letzte Woche bei ihrer Kollegin zwei Computer bestellt und nun haben wir 200 Computer bekommen. Das muss ein Missverständnis sein. Ich kläre das noch heute. 4 Sie haben meinen Nachnamen falsch geschrieben. Ich heiße Thalmann mit TH. Oh, verzeihen Sie bitte, das wusste ich nicht. TH ist notiert. 4 Übung 18 B Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Können Sie nicht aufpassen? Entschuldigen Sie, das war ein Versehen. Das wollte ich nicht. Sind Sie verletzt? Nein, mir geht es gut. Aber sehen Sie sich mein Auto an. Ja, ich sehe schon. Das Licht ist kaputt. Was machen wir denn jetzt? Ich hatte noch nie einen Unfall. Ich rufe die Polizei, damit sie den Schaden aufnehmen kann. Die Polizei rufen? Es ist doch nur ein Licht kaputt. Nur ein Licht? Das ist kein kleiner Schaden. Ja, es ist aber auch kein großer Schaden. Was wird das denn kosten? Keine Ahnung. Sicher über 200 Euro. Ich könnte in die Werkstatt fahren und Ihnen die Rechnung schicken. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir jetzt Fotos von der Unfallstelle und den Autos und tauschen unsere Daten aus. Zum Glück habe ich meine Papiere dabei. Übung 9 1 Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir sehr große Sorgen. Ich mache mir sehr große Sorgen um meine Oma. 2 Auf meine kleine Schwester aufpassen. Ich muss auf meine kleine Schwester aufpassen. Ich muss am Wochenende oft auf meine kleine Schwester aufpassen. 3 Mich nicht einmischen Mich bei diesem Streit nicht einmischen Ich möchte mich bei diesem Streit nicht einmischen. Übung 10 B Willkommen in einer neuen Folge von 5 Gewinnt. Hier bei mir im Studio sitzt Sarah Liesner. Sind Sie bereit für 5 fiese Fragen? Na klar! Und nicht vergessen, wenn Sie alle Fragen richtig beantworten, bekommen Sie 1000 Euro. Oh je! Erste Frage. Wann wurde der Kühlschrank erfunden? 1876 von Karl von Linde oder 1930 von Werner von Siemens? 1930 von Siemens? Ach nein! Leider falsch! Es war 1876. 1930 hatten schon viele Haushalte in Deutschland einen Kühlschrank. Egal! Nächste Frage. Sie können noch 800 Euro verdienen. Na dann? Wann kam der erste Tablet-Computer auf den Markt? 1989 oder 2010? Na, 2010 kam das iPad. Aber Tablet-Computer gibt es schon länger, nur eben nicht so erfolgreich. Stimmt, genau! 1989 gab es das erste Tablet der Welt. 200 Euro für Sie! Super! Seit wann gibt es elektrisches Licht? Seit 1841 oder 1880? Oh, das ist schwierig. Ähm, ich denke 1841. Und das ist richtig! Frederic de Molens erhielt 1841 das erste bekannte Patent auf eine Glühlampe. Aber erst Edison mit seinem Patent von 1880 hat es geschafft, dass man Glühlampen länger als ein paar Stunden benutzen konnte. Interessant! Und Sie haben schon 400 Euro verdient. Nächste Frage. Seit wann gibt es die Waschmaschine? 1691 oder 1901? Puh, also die gibt es erst seit 1901. Die ist noch nicht so alt. Also, seit 1901 gibt es die erste elektrische Waschmaschine. Aber ob Sie es glauben oder nicht, das erste Waschmaschinen-Patent gab es 1691. So ein Pech! Boah, wenn Sie die letzte Frage richtig beantworten, haben Sie 600 Euro. Das ist doch auch was! Also, seit wann gibt es das Fahrrad? 1817 oder 1917? Ja, ganz klar! 1817! Richtig! Das war zwar noch kein richtiges Rad mit Pedalen, aber ein Rad zum Laufen. Man nannte es Dreisine. Und damit haben Sie 600 Euro gewonnen. Was machen Sie mit Ihrem Gewinn? Haben Sie eine Reise geplant oder gehen Sie den Essen? Übung 12 Hallo, schön, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Was ist denn mit Ihrer Schwiegermutter? Ja, man wird nicht jünger und das ist nicht leicht. Und wie geht es Ihren Eltern? Ich habe sie lange nicht gesehen. Ach, das ist schön! Wir machen nächste Woche auch eine Reise mit den Kindern unserer ältesten Tochter. Übung 13 Übung 13 Die Nacht Nackt Nackt Lochen Locken Übung 13 B 1 1. Ein Buch drucken. 2. Kochen und backen ohne Zucker. 3. Ein Ticket für die Achterbahn. 4. Über die Ursachen nachdenken. Übung 14. A. 1. Die Kirsche. 2. Gewischt. 3. Die Menschen. 4. Die Menschen. 5. Die Menschen. Übung 14. B. 1. Die Geschichte des Lächelns. 2. Das durchschnittliche Gewicht. 3. Eine gefährliche Schlange. 4. Misch dich nicht ein. 3. Übung 15. B. Bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Seniorenheim in unserer Sendung zu Wort kommen lassen, möchte ich einige Punkte unserer Expertenrunde zusammenfassen. 4. Seniorenheime stehen oft in der Kritik, vor allem weil es oft zu wenig Pflegepersonal gibt. 5. Kritisch sehen viele Menschen auch, dass man sein gewohntes Zuhause verlassen und im Heim eventuell auf bestimmte Gewohnheiten verzichten und die Regeln der Hausordnung akzeptieren muss. 6. Zudem kann die Pflege im Heim auch teuer sein. 7. Das stimmt und das ist auch ein Punkt, den ich persönlich sehr kritisch sehe. 7. Andererseits bieten Seniorenheime auch sehr viele Vorteile. 8. Zum Beispiel geben diese den Senioren sehr viel Sicherheit und, was nicht zu vergessen ist, Service rund um die Uhr. 9. Das Pflegepersonal kann sich professionell um die Gesundheitsprobleme der Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. 10. Und auch die festen Zeiten und Routinen sind für ältere Leute, vor allem wenn sie krank sind, sehr wichtig und daher nicht schlecht. Die Familie kann jederzeit zu Besuch kommen, dennoch ist man unabhängig von der Hilfe der Kinder oder der Verwandten. Das ist für viele ältere Menschen sehr wichtig und, wie ich finde, eine sehr gute Sache. Dass man das Haus oder die Wohnung aufgeben muss und meist nicht mehr so viel Platz hat, ist nicht nur negativ. Meistens schaffen es die alten Leute gar nicht mehr, eine große Wohnung sauber zu halten und benötigen weniger Platz, aber mehr Service. Die persönlichen Dinge ziehen natürlich mit ins Heim. Meist dauert es nicht lange, bis sich neue Bekanntschaften finden. Viele Senioren genießen die neuen Freizeitangebote und Kontakte. Von gemeinsamen Ausflügen auf dem Markt bis hin zur Zeitungslesegruppe, es ist für jeden etwas dabei. Wichtig ist für viele auch, nicht mehr allein sein zu müssen. Wie Sie sehen, Seniorenheime bringen vielfältige Vorteile. Dass es in vielen Heimen zu wenig Pflegepersonal gibt, ist das eigentliche Problem. Die Begründung, mehr Pflegepersonal ist nicht bezahlbar, entschuldigt nicht, dass es so ist. Wir brauchen mehr gut bezahltes Pflegepersonal. Übung 16. B Efi hat da eine Idee, kam Oma ihr zu Hilfe. Eine recht, nun ja, recht ungewöhnliche Idee. Und da die Idee auch sie betrifft... Frau Klapprot öffnete die Augen. Sie wirkte mit einem Mal sehr wach. Ich glaube, ich weiß, was du uns vorschlagen willst. Weißt du, sagte Frau Klapprot zu Efi, ich habe selbst schon darüber nachgedacht. Mein Haus ist groß. Allein kann ich es nicht halten. Die Arbeit ist mir längst über den Kopf gewachsen. Aber der Gedanke an ein Heim... Sie schaute Oma an. Wir kennen uns noch nicht gut genug, um zu wissen, ob wir im Alltag miteinander auskommen können. Allerdings haben wir nicht die Zeit, uns besser kennenzulernen. Also sollten wir es einfach versuchen. Ins Altersheim können wir schließlich immer noch. Das läuft uns nicht weg. Frau Perges Wangen hatten sich mit einer fleckigen Röte überzogen. Ich bin... Im ersten Moment würde ich sagen, das ist eine... ganz wundervolle Idee. Herr Ronnebach saß da wie vom Donner gerührt. Also, wie schon gesagt, ein Heim wäre für mich ja nie in Betracht gekommen und... Er sah von einem zum anderen... Ja nun, warum eigentlich nicht? Zertifikatstraining Hören Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 5. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Und ich bitte zum Beispiel愿 Guten Tag. Und ich bitte zum Beispiel, Mir sind die Aufgabe die Arbeit mit einer Ich glaube, es ist eine Aufgabe die Arbeit bei mir zu bringen. Als ich das habe mit mir oder mit mir gedacht bin, dann habe ich mich gesagt, es war noch nicht so 8-Nachricht. Dann kann ich mich einfach übernehmen. mit mir noch mal gemacht. Und ich glaube, es war noch nicht so 8-Nachricht. Und dann habe ich selber zu, dass, wenn ich auch mal selbst, Sie nehmen am Informationstag im interkulturellen Seniorenzentrum Fischerstraße in Frankfurt am Main teil. Zu Beginn der Veranstaltung gibt es eine kleine Einführung. Die Veranstaltung ist eine kleine Einführung. Kurz zum Programm des heutigen Tages. Ich werde Ihnen zunächst einiges zu unserem Haus erzählen und dann gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die hier vorne sitzen, ihre Fragen beantworten. Danach um circa 11.30 Uhr werden Ihnen unsere Bewohnerinnen und Bewohner die verschiedenen Räume des Seniorenzentrums zeigen. Sie können sich einzelne Bewohnerzimmer anschauen, die Gemeinschaftsräume, unsere Cafeteria, unsere Küche und auch unsere Gästezimmer. Und weil wir hier im Seniorenzentrum sehr gerne zusammen feiern, findet dann ab 14 Uhr in unserem schönen Garten ein kleines Fest statt. Wir haben kleine Gerichte vorbereitet, es gibt Getränke und es wird auch ein kleines Musikprogramm geben. Soweit zum Programm. Nun möchte ich Ihnen unsere Einrichtung kurz vorstellen. Das Interkulturelle Seniorenzentrum Fischerstraße gibt es seit zehn Jahren. Zu Beginn waren wir eine sehr kleine Einrichtung mit nur 36 Bewohnern. 2013 wurde dann unser zweites Gebäude direkt neben diesem Haus eröffnet. Mittlerweile leben hier 86 Seniorinnen und Senioren. Und so wie in unserer Stadt Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen und Ländern leben, haben auch wir hier Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Herkunft. Sehr viele unserer Seniorinnen und Senioren wurden zum Beispiel in der Türkei, Tunesien oder Marokko geboren. Deutsch ist also für einen Teil unserer Bewohner nicht die Muttersprache. Für manche von ihnen ist es noch immer eine fremde Sprache. Da in unserem Seniorenzentrum zu 80 Prozent zwei- oder mehrsprachige Pflegekräfte arbeiten, die selbst Migrationserfahrungen haben und teilweise auch die Herkunftsländer unserer Bewohnerinnen und Bewohner kennen, gibt es bei uns jedoch kaum Verständigungsschwierigkeiten. Es ist in der Regel immer jemand im Haus, der bei Sprachproblemen helfen und übersetzen kann. Wichtig ist uns auch, dass unsere Bewohner und Bewohnerinnen hier im Seniorenzentrum nicht auf die Lebensmittel und Gerichte verzichten müssen, die sie gewohnt sind und von zu Hause kennen. Daher achten wir bei unserem Essensangebot darauf, dass immer für jeden etwas dabei ist. Und wir bieten natürlich immer auch Gerichte ohne Schweinefleisch an. Zweimal in der Woche gibt es zudem die Möglichkeit, dass Bewohner und Bewohnerinnen mit Unterstützung einer Küchenmitarbeiterin traditionelle Gerichte aus ihrer alten Heimat kochen können. Dieses Angebot ist sehr beliebt. Außerdem gibt es bei uns die Möglichkeit, dass wir Musikfeste... Übung 1 A Ich freue mich, in unserer Talkrunde zwei wunderbare Frauen im Studio begrüßen zu dürfen. Hatice Akhün und Franka Potente. Sie sind unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit Sicherheit bekannt, aber ich möchte sie doch kurz vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Journalistin und Schriftstellerin Hatice Akhün. Ihr Vater ist 1972 gemeinsam mit der gesamten Familie als Gastarbeiter ins Ruhrgebiet gekommen, um genau zu sein, nach Duisburg. Sie waren zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt. Mittlerweile leben und arbeiten sie in Berlin. Sie schreiben auf Deutsch. In einem Interview sagten sie einmal, dass sie eher Probleme mit dem Türkischen hätten. Bei ihren Eltern sei es hingegen genau umgedreht. Darüber und über viele andere interessante Fragen möchten wir später sprechen. Unser zweiter Gast zu meiner Rechten, Franka Potente, ist sicherlich einem sehr großen Kinopublikum aus Filmen wie Lola Rent oder The Born Identity bekannt. Sie arbeiten mittlerweile aber auch erfolgreich als Schriftstellerin. Sie sind in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, leben nun jedoch schon seit einigen Jahren mit ihrem US-amerikanischen Mann und ihrer gemeinsamen Tochter in Los Angeles. In den USA sind sie seit einigen Jahren auch in sehr erfolgreichen Fernsehserien wie zum Beispiel in Dr. House oder The Bridge zu sehen. Übung 9 A 1 Reise 2 Fühlen 3 Leiten 4 Art 5 5 Das ist leicht. 6 Brühen 6 Brühen Übung 9 B 1 Der Auswanderer 2 Die Migrantin 3 Die Freiheit 4 4 Zurückgehen 5 5 Nachreisen 6 Auswandern 7 Zuwandern 8 Die Migration 9 Die Perspektive 10 Emigrieren 10 11 Die Zuwanderung 12 Verlassen 11 Verlassen 11 Übung 11 Guten Abend. Sie kommen gerade aus dem Kino. Ich mache eine Umfrage für ein Kinomagazin. Haben Sie Zeit für ein Zwei Fragen? Ja, klar. Warum nicht? Kein Problem. In welchem Film waren Sie? In Solino. Der ist doch aus dem Jahr 2002. Ja, aber das ist doch egal. Mir gefällt es sehr, dass dieses Kino hier alte und aktuelle Spielfilme zeigt. Hauptsache es sind Filme, die eine gute Geschichte aus dem Leben erzählen. Und es macht einfach mehr Spaß, einen alten Film nicht vor einem kleinen Fernseher zu sehen. Und die Preise im Kino sind super. Deshalb gehen wir jede Woche hierher. Mögen Sie Solino? Naja, ich glaube, es ist schwer, den Film nicht zu mögen, oder? Fatih Akin erzählt diese Geschichte der beiden Brüder mit so viel Energie und Freude. Das macht er ja in jedem seiner Filme. Er erzählt nicht nur, sondern er möchte, dass man traurig, fröhlich, vielleicht auch wütend auf jeden Fall anders aus dem Kino kommt. Großartiger Regisseur, da stimme ich Ihnen zu. Und der Film? Ist super, aber ein bisschen zu lang. Der Film geht über zwei Stunden. Das sehe ich nicht so. Er erzählt ja eine Geschichte über einige Jahrzehnte. Das macht man nicht in 90 Minuten. Und ich finde sogar, es war richtig, sich Zeit zum Erzählen zu nehmen. Man sieht die italienische Kultur und die kleinen und großen Unterschiede zu Deutschland – auch, was es bedeutet, auszuwandern. Ich fasse mal den Abend zusammen. Tolles Kino, super Regisseur, guter Film. War das für Sie der perfekte Abend? Na klar, das war der perfekte Kinoabend. Auf jeden Fall. So muss ein Kinoabend sein. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Übung 14 A Ich begrüße heute hier im Studio 11 drei Gäste zu unserer Gesprächsrunde mit dem Titel Migration betrifft uns alle. Ich würde Sie gern unseren Zuschauern und Zuschauerinnen vorstellen. Hier links neben mir sitzt Herr Nowak, 37 Jahre alt. Er kommt aus Polen und arbeitet momentan als Arzt in einem Krankenhaus in Cottbus. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten sitzt Justus Bundi aus der Schweiz, 16 Jahre alt und zurzeit am Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern. Das heißt, Sie sind Schüler. Genau. Und mein dritter Gast, Patricia Frias, kommt aus Brasilien. Darf ich Ihr Alter verraten? Ja, natürlich. Ich bin 46 und unterrichte an der Technischen Universität Berlin Portugiesisch und Spanisch. Wunderbar. Justus, Sie kommen aus der Schweiz und leben ohne Ihre Eltern hier in Deutschland. Sie können gerne du zu mir sagen. Okay. Warum lebst du hier in Deutschland? Ich bin seit einem Jahr Schüler am Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern und lebe dort im Wohnheim. Ich besuche aber auch einige Veranstaltungen an der Technischen Universität. Und es freut mich, dass das möglich ist. Also Schule und Uni gleichzeitig. Ich will später mal was Technisches mit Biologie verbinden. Und da gibt es super Angebote an der Uni, die ich zu Hause so nicht machen kann. Ich kann jetzt auch den Stoff schneller machen und treffe ähnliche Leute wie mich. Aber sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Nachteil, oder? Naja, meine Eltern und Geschwister sind ja in der Schweiz. Das heißt für mich oft im Zug sitzen, was Zeit und Geld kostet. Und ich vermisse die Berge. Aber wie gesagt, ich will mein Abi hier in Deutschland machen und vielleicht auch hier zu Ende studieren. So wie es also aussieht, bleibe ich erst einmal hier. Hm. Also fünf, sechs Jahre wären kein Problem. Ach, wer weiß, wo ich in vier Jahren lebe. Aber ich möchte natürlich schon gern auch wieder in die Schweiz zurückkehren. Aber das ist jetzt noch kein Thema. Ist Heimkehren für Sie ein Thema, Frau Frias? Ich habe mich vor zehn Jahren in einen Deutschen verliebt. Wir sind mittlerweile verheiratet, haben drei Kinder. Ich habe einen fantastischen Job. Ich liebe diese Stadt. Warum sollte ich Berlin verlassen? Ich habe meinen Mann in Caracas kennengelernt und nach einigen Jahren haben wir uns dann doch für Berlin entschieden. Die Kinder wachsen zweisprachig auf, bekommen von beiden Kulturen etwas mit. Wir haben aber durch den Umzug größere finanzielle Sicherheit. Deutschland ist außerdem ein sicheres Land. Das sind schon alles positive Sachen oder Vorteile, wenn Sie es so nennen wollen. Aber wie ich weiß, haben Sie eine große Familie und viele Freunde. Die ich auch sehr vermisse. Da geht es mir wie Justus. Man fährt sehr viel durch die Welt, ich sitze oft im Flugzeug. Wir kommen aber alle ganz gut klar damit. Das hört sich an, als hätten Sie so gar keine Probleme. Nein, aber ich denke immer sehr positiv. Und klar, auf den deutschen Winter könnte ich verzichten. Und in manchen Situationen sind mir die Deutschen fremd. Herr Nowak, sind Ihnen die Deutschen auch ab und zu fremd? Ich bin erst seit zwei Jahren in Cottbus und da ist es sicherlich ganz normal, dass manche Dinge noch immer fremd für mich sind. Das Essen ist anders, die Leute. Mit dem Winter habe ich als Pole weniger Probleme. Sie sprechen perfekt Deutsch, wenn ich nicht wüsste, dass Sie aus Polen kommen. Ja, das hilft schon, klar. Ich habe sicherlich einige Vorteile von diesem Umzug. Nicht nur, dass ich die Sprache jetzt perfekt spreche. Ich hatte viele Jahre Deutschunterricht in Polen. Und dass das einmal Grundlage meiner Karriere sein wird, tja, das hätte ich vor zehn Jahren nicht gedacht. Eigentlich wollte ich nicht nach Deutschland. Ich habe eine tolle Familie, einen großen Freundeskreis. Aber das Angebot war einfach sehr gut. Ich habe ein sicheres und sehr gutes Einkommen. Mittlerweile auch hier in Cottbus einen kleinen Freundeskreis. Und das ist schon schön. Sie wollen aber nicht länger bleiben? Nein, vielleicht fünf Jahre oder so. Dann möchte ich zurück. Ich bin wegen der Arbeit hier. Verliebt habe ich mich noch nicht. Übung 16 1 Das große Glück Das große Glück im Ausland suchen 2 2 Berufliche Perspektiven Neue berufliche Perspektiven Neue berufliche Perspektiven haben Neue berufliche Perspektiven im Ausland haben 3 Ein paar Fakten Ein paar Fakten zum Thema Hier ein paar Fakten zum Thema 4 Die Sprache des Einwanderungslandes Die Sprache des Einwanderungslandes sprechen Die Sprache des Einwanderungslandes sehr gut sprechen Fit für Einheit 10 L L und R Ich lasse langweilige Aufgaben lieber von anderen Leuten erledigen. Die richtig interessanten Dinge erledige ich recht gern selbst. Übung 8 A Hallo Hannah, wie geht's? Was machst du denn so? Herzlichen Glückwunsch! Heidelberg? Ja, da denke ich sofort an ein Medizinstudium. Für Geschichte ist das sicherlich auch eine sehr gute Uni. Ich war noch nie in Heidelberg. Kennst du die Stadt? Na das reicht aber nicht, oder? Fährst du mal hin? Freust du dich auf den Umzug? Ach, freu dich doch! Lass uns vor deinem Umzug gehen! noch einmal einen Kaffee trinken. Übung 10 1. Sich interessieren Sich für Politik interessieren Sich nicht so sehr für Politik interessieren 2. Sich ärgern Sich über den Anruf ärgern Sich sehr über den Anruf der Chefin ärgern 3. Sich freuen Sich auf das Konzert freuen 4. Sich den ganzen Tag auf das Konzert freuen 4. Sich informieren Sich über eine Stelle informieren Sich im Arbeitsamt über eine Stelle informieren Übung 12 A So, es geht los. Wo waren wir in unserer letzten Stunde? Genau, das Thema war Politik geht uns alle etwas an. Wir hatten uns mit den Parteien beschäftigt. Ihr solltet als Hausaufgabe politische Forderungen formulieren. Ich bin gespannt. Justus, was hast du notiert? Ich finde, dass die Politiker zu viel reden und zu wenig tun. Und deine Forderungen? Also, erstens. Eine meiner Forderungen an die Politik ist die Reduzierung der Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Ein Problem, was man schnell lösen muss, ist natürlich auch die Finanzkrise. Es darf nicht sein, dass Banken die Welt regieren und dabei Staaten kaputt machen. Wir brauchen eine soziale Gemeinschaft. Ein Wir-Gefühl. Ja, das sehe ich ganz genauso. Sehr wichtiger Punkt. Das wichtigste Ziel für mich ist aber, dass Politiker und auch wir für Frieden und Stabilität in Europa und der Welt sorgen. Es gibt momentan viel zu viele Konflikte. Auch in Europa. Ich finde, die Politiker weltweit sollten daher mehr Geld in die Bildung der Menschen investieren. Denn mehr Bildung bedeutet weniger Konflikte. Dann könnte man auch das Ziel, Frieden und Stabilität für alle, sehr viel schneller erreichen. Ach ja, und eine weitere wichtige Forderung an die Politik ist, mehr Geld in Kunst und Kultur zu investieren. Es kann doch nicht sein, dass Theater schließen oder Künstler kaum noch von ihrer Arbeit leben können, weil das Geld fehlt. Der Mensch braucht Kunst. Das sind alles ganz wichtige Punkte. Mit euch diskutieren möchte ich gerne Justus' Aussage mehr Bildung bedeutet weniger Konflikte. Wie seht ihr das? Übung 19 Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Wir möchten gern zwei Wochen Urlaub machen. Wunderbar. Haben Sie schon konkrete Ideen? Es soll warm sein und wir wollen baden, Natur erleben. Ja, aber auch einkaufen, Museen besuchen, Städte sehen. Was halten Sie vom Süden Italiens, von Kalabrien? Es ist nicht allzu weit weg, bezahlbar und dort scheint die Sonne bei 24 Grad. Die Wassertemperatur liegt bei 22 Grad. Hm, das klingt toll, aber ich möchte nicht mit dem Auto anreisen. Ach, das sind 12, 13 Stunden. Warum nehmen Sie nicht einfach den Flieger? Sie können entweder mit dem Bus oder mit der Bahn zum Flughafen München reisen. Wir haben ein tolles Angebot und es ist stressfrei. Sehr gut. Ich möchte mit der Bahn zum Flughafen. Ja, das ist gut. Wollen Sie sofort zum Urlaubsort fliegen? Sie können entweder in Rom zwei, drei Tage Zwischenstopp machen. Sie wollen ja Stadt und Kultur erleben. Oder direkt zum Ziel. Zwischenstopp in Rom? Ganz klar. Dann hätte ich noch ein paar weitere Fragen. Ich kann Ihnen entweder ein Ferienhaus anbieten oder ein Doppelzimmer im Hotel. 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 Ich will keinen Stress mit Haushalt. Aber … Sie können aber auch im Hotel eine Suite mit kleiner Küche haben. Sie können entweder voll oder aber Halbpension buchen. Vollpension? Was sonst? Ah ja, noch eine Frage. Wir sind jetzt bei 980 Euro mit Flug und Vollpension für eine Woche Kalabrien. Sie können entweder an Reiseausflügen teilnehmen, dann kostet die Reise 1170 Euro pro Person oder Sie organisieren sich Ihre Ausflüge selbst. Nein, wir sind nicht an Ausflügen und Reiseleitern interessiert. Na, ein Glück. Dann eine letzte Frage. Sie können am Samstag entweder sehr früh zurückfliegen oder um 17.15 Uhr. Was ist Ihnen lieber? Ich denke, wir reisen früh ab. Nein, lieber am Nachmittag. Also gut, dann nehmen wir den Flieger um Viertel nach fünf. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt Ihre Daten. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017